hey und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute mal mit einem zweiten let's play denn das erste kam ja mega gut bei euch an habe ich gemerkt und in den kommentaren haben auch sehr geschrieben dass sie mehr davon sehen wollen und deswegen dachte ich mir dass ich mich hinsetze und mehr davon mache und ja wir sind jetzt gerade in meinem schönen appartement very beautiful hier oder was meint ihr ja ich würde sagen wir machen jetzt mal ist dann rennen weil durch die gegend fahren ist ja auch langweilig deswegen werde ich jetzt ganz schnell ja online jobs schneller job nee nee ja nein das was wie ja okay ich habe auch stammt rennen was nehmen wir denn hier ich glaube wir nehmen das hier das erste ja möchte ich so muss ich sagen dann machen wir dieses dann rennen mal damit das video nicht allzu langweilig wird auf jeden fall ich hoffe ihr habt mein neues video gesehen das kam ja auch gut bei euch an also das samstags video ja mein eigener sticker apropos ihr könnt ihn jetzt übrigens schon bestellen den link findet ihr auf meinem samstag video in der infobox dass ein link drin und da könnt ihr diesen sticker bestellen oder andere stickers aber ihr solltet meins bestellen dass wir auf jeden fall also das ist ein muss das ist euch schon bewusst mein gott hat sich fast greift oh gott okay jetzt bin ich gespannt ich bin sehr schlecht in autorennen oder motorrad rennen was nehmen wir denn hier das ist eigentlich ganz gut den hatte ich schon mal oder kann ich den nennen einfach mache es einfach hauptsache rennen hauptsache ein rennen ich hoffe die sind alle ganz schlecht weil ich möchte gerne gewinnen das wäre ja super ja ich möchte fortfahren weil die brauchen aber echt lange oder man mann mann hä achso okay jetzt endlich wenn ich jetzt nicht gewinne leute drückt mir die daumen oh mein gott ich sterbe ich bin ich rück mich immer richtig auf deswegen wundert euch jetzt nicht wegen meiner sprache okay oh mein gott scheiße tut mir leid für das geschrei und für das gekrieg aber das bin ich wenn ich zocke ja ich weiß das kann sehr nervig ja mann ja fall mal schön runter abo okay warte den krieg ich oh mein gott ich bin zweiter leute oh mein gott okay warte den krieg ich auch noch auf jeden fall krieg ich den hallo mein gott ja so komm mal schön her zu papi netze mami ich bin ja eine frau oder bin ich doch einmal boah das ist so langsam hier komm scheiße man das ärgert mich boah ich muss den warte scheiße 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 ich sag zu oft scheiße das soll man nicht sagen mann enja echt ey warum kann ich den nicht überholen hey ich ich geb die ganze zeit voll gas ne ich mach alles richtig hier egal hauptsache ich bin zweiter ich bin voll selten zweiter ja da kriegen wir hier locker einmal um die kurve mhm mit dem auto ist das natürlich schwieriger ne also ich find mit dem motorrad bin ich viel besser dran ich mein das kleine dinge hier ah diese strecken hasse ich ne wo man da so rauf fährt ey da kommt man echt nicht voran so jetzt aber komm mann ey der ist viel zu schnell apropos ich werde gleich auch noch äh fragen beantworten die ihr mir äh unter meinem ersten let's play gestellt habt weil da waren viele fragen und bitten bei äh was ich so machen könnte und dazu werde ich gleich mal ein paar takte sagen aber erstmal muss ich das hier zu ende spielen ey was hä wie lange dauert das denn zwei runden oder was egal ich bin zweiter das reicht mir aber ich würde gerne erster sein ich bin nie erster nie an was liegt das ah ich hatte eigentlich noch eine Frage an euch jetzt muss ich gerade überlegen was die Frage war ach ja genau und zwar ich habe kein playstation plus mehr und meine Frage ist jetzt an euch wie kann ich dann online spielen normalerweise geht das dann doch gar nicht oder also ich kenne mich da leider mit nicht aus aber wo ich meine playstation neu hatte und kein playstation plus hatte da äh konnte ich halt nicht online spielen weil da stand halt ich muss mir playstation plus machen habe ich dann gemacht konnte online zocken ja und jetzt habe ich das aber nicht mehr aber ich kann trotzdem online spielen so kann mir das irgendjemand erklären ich verstehe das leider nicht ja das wäre so meine Frage an euch ok könnt ihr ja mal unter den kommentaren hä enja was lagerst du für eine scheiße ich meinte unter meinem video könnt ihr natürlich die kommentare schreiben hä ok ich bin einfach ruhig ich bin einfach kurz ruhig ah nein natürlich nicht es wäre ein bisschen langweilig ah die runde kommt mir vor wie 10 stunden ey boah das ist ja nicht normal das ist weil da weil das motorrad so langsam ist ey das ist aber echt langsam ey so ey wie weit ist der denn schon das kann doch gar nicht sein hä ja ne ist klar vor allem ich drücke die ganze Zeit auf Vollgas ne ich habe es jetzt nicht einmal gestoppt oder so das macht gar keinen Sinn ne hoffentlich stirbt der oder so also in GTA ne nicht dass ihr jetzt irgendwas falsch versteht was ihr ja mal gerne äh tut ne nein so komm schon boah mich darf jetzt keiner überholen ah warte ich habe ihn fast oder yo ich habe ihn fast warte oh mein Gott ey wenn ich den jetzt nicht kriege dann heul ich oh mein Gott oh mein Gott ich bin immer näher ja komm zu Mama komm ich muss den kriegen oh mein Gott ich will einmal erster werden ok nein ich krieg den eh nicht ok nein hat sich erledigt oh mein warum komm schon komm schon warum geht das nicht ok ich habe verkackt egal ich bin zweiter yay jawoll jawoll wenigstens etwas oder was meint ihr also für mich ist das natürlich als ob ich auf Platz 1 wäre ne beenden ich bin zweiter wie viel Geld habe ich bekommen ja geht doch 4670 und 995 was stand da jetzt 65 oder 95 rp Punkte ah alles klar boah ich hasse dieses Geräusch ich hasse dieses Geräusch nein ich möchte nicht weiterspielen ich will jetzt nicht die ganze Zeit nur rein machen apropos ich kann jetzt mal gucken ähm youtube so dann guck ich doch mal ein bisschen durch die Kommentare nein ich will doch gar nicht weiterspielen auf was habe ich denn jetzt gerade gedrückt ähm blue is my life schreibt spiel mal ein Horror Game würde ich gerne machen muss ich aber mal gucken ich meine GTA ist zwar auch ab 18 aber ich äh ja ich bin ja sehr äh lieb ne ich bin ja artig hier in GTA ich mach ja keinen Scheiß ähm nein äh ja ich muss halt mal gucken wenn das zu krass ist ich weiß nicht ich ich würde gerne ein Horror Game spielen ich hätte da richtig Bock drauf ähm ja muss ich halt nochmal gucken ob ich das irgendwie ja geregelt bekomme vielleicht kann ich ja mal eins spielen würde ich auf jeden Fall also hätte ich auf jeden Fall richtig Bock drauf äh öma ak kjol also sorry wenn ich eure Namen oder so äh falsch ausspreche tut mir leid bevor ihr euch nachher beschwert Facecam Fragezeichen äh Facecam achja das hat Canrem auch geschrieben mir gefällt es sehr könntest du auch mal mit Facecam machen äh hatte ich sogar bei diesem Video vor nur das Ding ist äh irgendwie hat das nicht so funktioniert wie ich das wollte ich weiß zwar nicht warum irgendwie spinnt das komplett also irgendwie hackt das das Bild von meinem Facecam deswegen ich muss mal gucken ob ich da irgendwie auch was regeln kann aber wird auf jeden Fall auch bald kommen da sind wir wieder Leute wie findet ihr mein Style? oh Bauchfrei was auch sonst ne jetzt gehen wir aber musically machen hier wo gehen wir musicallys machen? ähm im Autohaus ja ist doch perfekter Hintergrund oder? komm nehmen wir uns hier direkt so ne Karre ey haha du hast ein Vogel Sebastian fragt haha richtig geil mach mehr Let's Plays kannst ja auch mit paar anderen zusammenspielen dann redest du bestimmt genug ja glaube ich auch aber ich weiß nicht ob ich ach du scheiße okay ich muss ganz schnell flüchten ähm muss ich mal gucken ob ich mal äh mit Party mach also Party ist äh mit anderen Leuten noch reden für alle ah nein für alle die die das nicht kennen äh ja muss ich einfach mal gucken vielleicht das wär auf jeden Fall ne coole Idee weil dann haha ist er jetzt noch reingefahren haha oh mein Gott sind die dumm ja ja kommt der Schöning daher ihr seid meine Hunde nein äh ich muss einfach mal gucken und äh wäre auf jeden Fall ne geile Idee hätte ich auch mega Bock drauf und äh es werden auf jeden Fall mehr Let's Plays kommen das kann ich euch auf jeden Fall äh versprechen oh nein ich bin so doof ich fahr genau da rein ne ach ärgerlich ach ärgerlich ärgerlich scheiße wo fahr ich denn jetzt hin ich muss ja ah kacke ich fahr immer einfach auf den Berg hoch wenn die Polizei hinter mir ist kennt ihr das ich mach das immer da kommen die nie hin aber jetzt kommt da wieder ne Poli oh nein ey Nioh oh scheiße ja toll jetzt sperren die alles zu oder was voll die Affen ey toll ey scheiße wie soll ich dir denn jetzt loswerden ja jetzt schießen die auf mich toll dankeschön ich hab da nur ein Auto geklaut ey boah geht weg mein Gott ey warum steht der mir auch im Weg ey Hammer oder Leute boah die Leute in GTA die können gar nicht fahren geh weg nein oh Mann ey oh Mann ey ich fahr einfach jetzt hier hoch geht weg geht alle weg ja natürlich fährt der mir hinterher ne das ist ja auch äh scheiße ey nein mein Gott ey scheiße was soll ich jetzt machen geht weg von mir geht weg geht weg geht weg geht weg ah die gehen weiter weg ja ja geht ihr schön ruhig so jetzt kommen die nicht mehr oder doch die fallen hier hoch sehe ich gerade ne die fallen wieder runter ja ja dann warten wir kurz bis die weg gehen oh es ist 22 Uhr 22 oh mein Gott Leute ihr wisst nicht was mir passiert ist ich habe heute morgen extra mein Wecker gestellt um ein Let's Play zu drehen und was war ich hab's auch gemacht ne und jetzt kommt's das lustige daran äh ich Schlaukopf äh hab natürlich äh meine Stimme nicht mit aufgenommen ja jetzt noch mal alles von vorne super toll oder sagt man mein Gott ey Lara Jatin äh genau fragt ist voll die Frage äh schreibt eigentlich mag ich ja keine Let's Plays aber das Video ist einfach mega ja dankeschön erstmal das freut mich zu hören dass auch Leute die sowas nicht gerne gucken das trotzdem von mir gucken und zwar gerne das ist auf jeden Fall sehr 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 cool sag 4t0 oha Enja wird zum Amokläufer ja natürlich hör mal Vanessa x y z erstens Enja ist total hübsch zweitens sie kann tanzen drittens die Zock was will man mehr oh wie süß no Bibi Bibi Buharem Cello schreibt echt geil könnte es da cheaten wäre mega geil und dann andere trollen was ist das was 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 aber man kann gar nicht cheaten online oder im Online-Modus nein nicht im Wasser nicht im Wasser okay doch ich hab mich gerettet that's very good aber wo bin ich hier jetzt bin ich wieder am Arsch der Welt ne Leute okay das war der größte Fehler oder maa wo bin ich hier ich will hier nicht hin da kann man hochfahren hä was ist das für ein scheiß Auto was nehme ich mir da warum fahre ich überhaupt hä oh man Enja 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 das geht absolut gar nicht was du hier fabrizierst das wollen deine Leute nicht sehen ich werde auf jeden Fall mal andere Spiele anspielen weil ähm ah jetzt fahren wir da runter zu dieser komischen Straße da alles gut kommen wir wieder zur Stadt raus ähm ich werde auf jeden Fall mal andere Spiele spielen habt ihr vielleicht Bock auf Uncharted 4 oder so darauf hätte ich eigentlich sehr Bock äh könnt ihr ja in den Kommentaren mal schreiben ob das mal was wäre ob das eine gute Idee wäre ob ihr das sehen wollt ne weil wenn ihr das nicht sehen wollt dann mache ich das natürlich nicht ne oh mein Gott ich rede so behindert haha ja ja bei der ganze Zeit GTA ist auch irgendwie langweilig man kann einfach nicht viel machen vor allem nicht im Online Modus so man kann eigentlich nur die Story spielen aber die Story keine Ahnung kennen ja die meisten auch bestimmt und das wäre auch glaube ich langweilig oder was meint ihr nochmal so die Story ich habe die jetzt schon dreimal durchgespielt ne boah also wie gesagt ich bin schon GTA Liebhaber ne das ist bei mir Tatsache so jetzt geht alle mal weg hier weil ich will wenn da oder nein doch nicht Entschuldigung ich musste einen Rutscher machen ist der in Ordnung der da steht ja oder kann man den nehmen oder was ist das denn für einer ach das ist der gleiche oder egal wir nehmen den jetzt einfach okay das ist eigentlich der gleiche aber YOLO 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 bisschen Gas geben hier boah ich bin so gut Leute oh mein Gott Leute also wer ich glaube ich mache eine Fahrschule auf ohne Witz also wer fahren lernen will ne alle bitte zu mir kommen ihr seht ja wie das hier aussieht boah killer 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 und gleich mache ich irgendeinen Unfall ist immer so ich kann manchmal richtig gut fahren manchmal richtig scheiße so das ist immer so Zufall boah ich bin schon gut oder oh mein Gott mal gucken wie lange ich das aushalte oh mein Gott oh mein Gott okay nein okay nein okay nein okay ich wusste es oh mein Gott ich wusste es das war so klar scheiße boah so irgendwie ist voll trocken hier in GTA ich will Menschen umfahren wo sind Menschen hier sind Menschen hallo ha ha ach Mensch heul doch nicht oh ja natürlich hä wer ist das denn ach das ist von der Bank so Security Männer oder was geht weg ich bin der King hier keiner kommt gegen mich an ich bin in your dress ach okay ey wisst ihr was mir aufgefallen ist ich sage richtig oft okay 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 mein Gott okay ist doch gut ja ja ihr könnt mich nicht schlagen ihr kleinen Luders natürlich mache ich jetzt auch einen Unfall ne scheiße wohin nein hier ist eine Garage ach doch nicht ach ich dussel ey warum warum bin ich so schlau so schlau so schlau so schlau warum bin ich so schlau so schlau war ich noch nie natürlich nicht ich verstecke mich einfach als ob die hinkommen ja so Leute da wir im Parkhaus angelangt sind wie im letzten äh wie in dem letzten Let's Play würde ich sagen dass wir auch hier das Video beenden wir beenden das jetzt immer in irgendwelche Parkhäuser ja dann würde ich sagen ich hoffe es hat euch gefallen und ja hä enja was laberst du denn nein Spaß beiseite ich hoffe dass wir dort euch gefallen und wie gesagt wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt dann gebt dem Video auf jeden Fall meinen Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen damit ihr natürlich kein Video von mir verpasst weil das wäre ja auch sehr schlimm äh weil das ist ein Ritual meine Videos zu gucken äh okay naja dann würde ich sagen einen schönen Sonntag euch und hab euch ganz toll lieb meine Süßen tschüss